kein einziges geräusch hier mucksmäuschen still kein windhauch nichts der israel national trail ist nur wenige kilometer hier entfernt von neoz madar und kein mensch kann sich vorstellen dass hier wirklich alles begrünt wurde dass menschen seit 25 jahren hier bäume pflanzen kleine seen aus graben und das ist fantastisch ist eine komplett andere welt in die du eintauchst und alles wirklich alles ist hier mit der hand mit mit brutaler arbeit geschaffen worden so wenn diese jungen people are hearing from friends they are reading in the website of not madar they heard that in not madar something is going on which is unique all around like we did here also on the other side we need something like this okay okay we can paint a little bit die kinder hier in neoz madar die träumen von frieden von schule von bildung von glück die träumen von bäumen von grünen wiesen und das ganze mitten in der wüste und ich denke immer dann wenn man sowas malen kann dann sind die visionen ganz nah man muss an die kinder glauben das was sich die kinder vorstellen können das ist die nächste generation die sowas in die tat umsetzt und das ist großartig großartig so 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 Danke.